Das hat es auch gefallen. So, Moment, jetzt brauche ich mir hier einfach kurz. Warte, wir können es echt insgeil verkabeln. Hier ist Clay. Wir leben ja in einem Sumpf. Oh Gott, die Strömung hier. Wasser wurde aufgesaugt. Na ja, dann kannst du mir eigentlich sagen, was hier so die Energie rausfrisst. Wenn der Dings nicht läuft. Achso, da ist Dings noch angestöpselt fürs Quarry, oder? Ah, okay. Das ist 70. Wie altmodische Art machen wir jetzt. Da der Fluss hier eh schon so im Arsch ist. Optisch. Das müsste reichen. Oh Gott, hier kommt man nicht durch, durch die Strömungen. Das ist voll gefährlich. Ich baue was viel cooler. Also ich verkabel die zweite Tür und die wird viel cooler sein. Ich brauche einen Ofen. Ja, mach mal. Das funktioniert nicht. Das wird funktionieren. Warum brennst du hier Cleanstones? Weil ich sie brauche. Für Peter. Ja. Hm. Wie brauchst du da noch? Ich muss warten. Was ist das Ding? Was will ich da noch brauche? Ich brauche noch nicht so viel. 6 Cleanstones brauche ich noch. Hm. Da. Perfekt. So. Maserated. Maserated vor sich hin. Mann, warum darf ich nicht auf die Innenseite bauen? Ja, aber wir bauen uns doch viel kompakter. Wir sind hier in Deck-It. Viel kompakter wie sowas geht gar nicht. Doch, mit dem Redstone, was in der Wand ist. Ja, ja. Ganz einfach. Ich mach's gerade. Ich bin Herr der alten Schule. Ja, das ist wie... Wie, wie, wie die Professoren der Uni, die ja noch einen Tageslichtprojektor benutzen, anstatt den Beamer. Ja, ja. Das ist keine Energie mehr. Ja, selbst schuld. Schließ an. Ich muss nur einen Kabel legen. Ne, ich muss irgendwas in den Generator werfen. Wo ist Kohle? Welche Kohle? Wie viel wir denn haben, oder was? Ja, ich muss doch irgendwas verbrennen. Ich brauche Dings. Oder haben wir eine Batterie? Wo ist denn die Batterie? Die ist da links drin. Wo? Du erkennst dieses Gerät nicht, weil du es getarnt hast. Hä? Das Gerät erkennst du nicht. Was baust du da? Oh Gott. Was baust du da? Das ist riesig. nur damit die Tür aufgeht. Was willst du von mir? Das ist ein Atomreaktor, den du hier hin brauchst. Das ist ganz normal. Nicht für Deckit, für SMP vielleicht. Ah nein, falsch da. Wie ist die Batterie auffüllt? Ich werde so viel cooler bauen als du. Wie viel baue ich dann nochmal? Vier nur, oder? Ah genau. Ok, ich baue insgesamt acht. Das dauert ein bisschen. Du musst mir alles kaputt schauen. Schau mal, ich habe hier einen Raum gebaut und du... Das ist kein Raum. Du sollst kein Kino bauen. Das ist ein verdammter Keller. Ja, aber da kommen Maschinen rein. Ich werde später gearbeitet. Keine Ahnung hat er. Keine Ahnung hat er. Ich baue mal die komische Wand dazu. Ja, ja. Dann baue da... Ah ok. Dann baue da gleich mit Stonebricks, weil die kommen da in die Wand rein. Das Problem ist, die Verkabelung können wir ja gar nicht lassen, weil... Hier unten wird eigentlich das Stromkabel gelegt später. Für die Verkabelung im Haus. Können wir hier gar nicht so... Dann denk dir was aus und... Ja, mach ich doch grad. ...und ein Kabel in der Wand setzen. Nein, ich baue doch grad eine bessere Tür als du. Ja, ja. Du hast es nicht mal getestet und versuchst hier gerade kurz zu sein. Doch, ich habe es schon mal getestet. Es ist einfach nur ein Redstone Signal. Ich weiß nicht, wie es mit der Tür reagiert. Aber das sehen wir. Das ist ja das Lustige dran. Das wollen doch die Leute sehen. Ok, ich habe meins abgebaut. Hier. Es ist ein volles Chaos hinterlassen. Hier kann man nicht arbeiten. Warte, ich muss erst den Ofen bauen und dann das Redstone brennen. Was? Wirst du dich verarschen? Ja, ich brauche die hellen Ofen. Ist ja gleich fertig, schau mal. Ist ja gleich fertig. Habe ich ja das Ding schon 10 mal verkabelt. Ja, aber es ist echt viel zu groß. Also müssen wir auch mal dieses Red Power Mod Ding da testen. Um es euch mal zu erklären. Wir haben mit Red Power Mods so gut wie gar nichts gemacht bis jetzt. Da ja Marco einer der alten Schule ist. Lieber noch in der Steinzeit lebt. Ah, schneller du Scheißaufmann. Ich verkabel die Tür da drüben. Zeig dir wie das geht. Oh, komm schon. Oh, ein Stein. Komm, komm, komm. Klick, 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 klick. Fester klicken. Okay. Das ist nämlich so ein komischer Ofen, der ein bisschen behindert aussieht. Aber da kann man, wie war das so? Oh, vier Red Storm. Da guck. Irgendwas zum Brennen. Ah, geht auch. Marco mich nicht wieder schimpfen. Blablabla. Ich verbrenne wegen dir jetzt schon Sticks anstatt Kohle. Wie bauen wir denn da? Wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann eins, zwei, drei, vier nur. Aber ich glaube, es wird so nicht klappen. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja. Okay, dann. Warte. Was haben wir für eine Wand? Eine Stonebrick Wand, gell? Das sind die dünnsten Platten. Da brauche ich mehr. Drei, vier, so. Ich hoffe, es sind die. Oh, perfekt. So, jetzt wirst du sehen, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie man diese Böcke baut, die dann drumherum sind. Du Scheißding. Das weiß ich leider auch nicht. Das musst du leider selber rausnehmen. Mach ich, mach ich. Tut mir leid. Ach, da kommen ja mehr raus. Ist ja cool. Das verplant mich voll, dass die Türen nicht mehr umgedreht sind. Okay, klappt nicht. Das klappt nicht. Weiß gar nicht, wie man die verkabelt. Äh, wie baue ich dieses Drumherumteil? Jetzt werden wieder Live-Comments cool für unseren Zuschauern. Ich finde, das Ding steht das Rezept nicht da. Ah, toll. Ich kann es zersägen. Aber ich will es bauen. Was sind denn die Hauptaller? Wie baue ich die? Oder kann ich da einfach... Nein. Weißt du, wie man das baut, Marco? Nein! Kannst du mal nachschauen. Ich kann nicht in Windows rein. Das Rezept steht ingame nicht da. Du hast mir an, wenn wir dafür Zeit da haben. Ja, haben wir doch grad. Ach, du bist doof. Ich geh wieder an mein Andersrums. Da, wir müssen mal testen. Du Windows-Dix. Ich kann es nur hercheaten. Gibt es ja kein Rezept dafür. Okay, es muss irgendwas Logisches sein. Aber ich dachte, man kann das auch... Nein, das geht nicht. Hm, hm. Ah, doch. Ging das dann hier nicht? Na, so. Na, schau, es geht doch so, Marco. Ich muss wissen, wie man die Blöcke baut. Ich weiß nicht, wie man sie baut. Da, da. Aber dann bauen wir es gleich so. Weil das klappt viel geiler. Ich müsste den... Ah. Marco, schau mal. Komm her. Kann ich den nicht aufheben. Marco? Ja. Schau mal, die Dinger. Da kannst du so ein Teil drum herum bauen. Nur ich kenne das Rezept nicht. Und wenn du das drum herum baust, machst du einfach den Knopf dran. Hier oben schau die Reihe. Baust sie zu. Machst hier unten noch runter. Machst den Knopf dran und fertig. Und alle Türen gehen auf. Also ich würde jetzt schätzen, dass es einfach... Kannst du das nicht covern vielleicht? Äh, wie? So. Nochmal. Moment. Guck nach. Schau es mir. So. Ah, da ist ein Zombie-Ton. Ein Cover-Slap, Adam. Das heißt wahrscheinlich musst du es zerschneiden und dann musst du es drehen. Äh, weißt schon. Du zerschneidest einen Block und dann tust du halt... Den drum herum diese Covers setzen oder so, schätze ich mal. Kameras? Ja, Cover. Wenn du was geschnitten hast, dann wird es ein Cover. Achso. Aber wie weit zerschneidest du es? Es gibt dünnere und dickere anscheinend. Oder so. Halt mal zwei Mal. Verdammt. Das ist zu wenig. Na? Ist das schon ein Scheiß-Rezept? Hm. Das geht auch nicht. What the fuck? Also ich habe gerade geschafft, so einen halben Block zu bauen, oder? Hier, schau mal. Hm? Ah, toll. Also geht das auf die Wiki-Seite schon. Ich glaube, da steht's. Ah! Aus ganz dünnen geht's. Okay. Und das denn? Ups. Hä? Guck. Ach, man kann's ja so einfach zubauen. Ah! Nicht Depp. Muss man ja gar nicht so machen, Marco. Kann's einfach mit den Slabs schon zubauen. Ähm. Und zwar. So glaube ich. Ah ne, die gehen nicht. Da. Fuck! Also so ein Hollow-Ding kannst du machen aus... Aus egal, wie sie geschnitten sind, einfach im Kreis. Also einmal rund, rund um den Ofen. Ja, aber es ging bei mir nur mit den Allerdünnsten. Mit den bisschen Dickeren ging's irgendwie nicht. Es geht auch mit den Dicken. Desto dicker du's nimmst, desto dicker werden die. Ja, ging aber bei mir irgendwie nicht. Ne? Also mit Stone Bricks mache ich's gerade und da geht's irgendwie nicht. Du machst es mit Stone Bricks. Äh, mit den, mit den, äh, Marble Bricks so. Ich muss den wieder zusammenlegen zur Dickeren. Ich baue mir jetzt mal ne Säge, weil du's heraus findest. Ich hab's, ich hab's. Sieht aber nichts aus. Aber wie kann man da ne Kreuzung machen jetzt, dass es nach unten geht? Jetzt hat's mir das ja wieder unterbrochen hier. Ja. Das ist blöd. Wollte nur sagen, dass meine Tür funktioniert. Aber das ist riesig. Ja, ist dir im Grunde egal, Adam. Wenn das funktioniert, dann... Hier kann man kein Button drauf machen, du Zipfel. Verdammt. Wie stöpselt man das dann an? Mach mal da nen ganzen Block draus, Adam. Aus diesen beiden Dingern da. Ja, so nen großen kann ich irgendwie nicht. Wenn ich sie nochmals zusammenleg, dann entsteht ein normaler Block. Wieder. Ah, zack. Da ist irgendwo ein End damit. Äh, was? So ne unlogischer Kack. Ich weiß, ich hab mal ein bisschen rumgebastelt im Singleplayer damit und das war eigentlich ganz cool. Hm. Das hast du falsch gedreht. Noch kein Button dran machen. So. Äh. Ja. Dann war ich hier unten. Naja, geht nicht. Adam, schneid mir den mal bitte einmal kleiner. Und meins? Ja. Äh, da ist irgendwas runtergefallen grad, gell? Ja. Auf dem Skeleton. Das machen wir gleich nächstes Mal, aber dann schauen wir nochmal nach im Singleplayer. Wie man das gescheit baut. Dann kann man das gescheit erklären. Moment. Jetzt hab ich nen dickeren. Hein? Oh, wie hast du den hänggekriegt? Der hat mich zusammengebaut. Ja, wenn ich zwei so halb dicke zusammenbaue, dann steht bei mir ein Block. Irgendwie. Ich weiß gar nicht. Von der Seite musst du ihn so platzieren. Ach. Jetzt hingeflogen. Oh, wieder. Und der ist irgendwie halb... Irgendwie... Das ist ja gar kein so ein ganz dicker. Auch so ein... Also, aber da fehlt jetzt auch noch ein Ding. Na super. Da kann man dann auch kein Button dran machen. Gehen wir mal schlafen und schauen uns im Singleplayer nach. Okay. Äh... So. Gute Nacht. Das ist ja gar nicht passiert. Ich bin dann die Ingegäste. Und ich bin dann mal schlafen. Und ich bin dann einfach ein Ding über ein Geschenko. Jetzt sind jetzt finde ich einfach ein Ding. Und ich bin dann sicher. Und ich bin dann perfekt. Und dass ich misiches jetzt darauf mache. Und weil kein Ding ist nicht einfach. Im Moment... Aber ich bin dann noch kein Ding. Und ich bin dann gleich dabei.